hallo und herzlich willkommen zum new monday es ist ein neuer monat und da werde ich das neue spiel wieder starten und das ist jetzt wie hießen das normal writers of Icarus ich habe schon ein spieler kurz hergestellt gehabt das war ein berserker weil hier war alles auf englisch gewesen und ich wollte sehr gerne auf deutsch spielen dann gibt es da so weniger missverständnis zu übersetzen ja und ja ein berserker habe ich mit mir gemacht das wäre hier berserker männlich habe ich gemacht und der ist halt sehr leicht zu spielen habe ich mir gedacht dann spiele ich jetzt mit euch zusammen ein hexemeister weiblich ich finde sowieso immer dass die frauen bei meisten spielen immer besser aussehen wie die kerle ja das sind die frauen die frauen die frauen die frauen und die männer sehen so aus und durchswitchen ja zack zack gibt es einen berserker, einen wächter, einen schurke oder meuchler, einen priester und einen hexer ich werde jetzt weiblich im hexer spielen ist auch sehr schwer der ist nur schwer, der ist nur sehr schwer, der ist nur sehr schwer, der ist nur sehr schwer spielen ok wir erstellen unseren charakter weiblich das sieht cool aus sieht auch cool aus da ich ja mit meinen spielern meistens mal red oder was mit red heiße number red bad ok da ich rote haare habe wird die frau auch rote haare haben ein markenzeichen und was heißt markenzeichen sieht hier irgendwie aus wie eine puppe ne puppe also die grafik um die leute einzustellen finde ich schon mal ganz nice das spiel an sich ist ein bisschen schwieriger zu steuern finde ich aber ist eigentlich auch ganz gut gesichter können wir aussuchen haare können wir aussuchen ist das aber alles gesichtsbehaarung eine frau gesichtsbehaarung ne körperbau ich mag gerne kleine zierliche frau die haut lassen wir so ist perfekt gefällt mir schon so wie es ist gut dann erstellen wir den red bad neue charakter muss in der antrennt glaube ich auch dass ihr einen server gewählt hm keine ahnung gibt es drei server auf die man zurzeit spielen kann mhm standard für hexen empfohlen nimmer nimmer Ja, der ist ein bisschen leise, so bin ich leise. Oh, die Steuerung ist viel besser, die aktive Steuerung, die Actionsteuerung. Ja. Das ist ein bisschen schwer, oder? Ah, okay, mit links kann man sich nicht angucken. Let me get my brain, I've got it for now. Krebe. Tentia! Tentu! The doors are locked. They know I'm... Your guards coming this way. Get that door open. We need to keep moving. Okay. F oder mit rechtsklick drauf geht's auch. Oh, man kann nur beide Maustasten laufen. Oh. Schade ist ganz gut von der Hand. Ah. Ah. Another survivor. Tentu! 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 Tortoise, nur aufhören. Wo ist die Prinzessin? Entschuldigung, ich verabschiede. Ronto hat sie genommen. Wir nehmen die Prinzessin zu einem Propheten. Sie mussten studieren Allura's Relic, um ihre Macht zu erinnern. Die Räume sollte uns umgehen, aber die Frostguard wussten genau wo wir waren. Die Bastard! Die Bastard! Die! Die! WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH We need to get word to the King. Come, we're running out of time. So, we're going to do it. I'll just say, it makes me a very good impression. I can't wait to see. I feel a presence beyond the door. Unihumans, your parole has been denied. I can't wait to see. Quick! We have to break that stone! 2 2 2 Wow, viel Schaden! Das war viel Schaden! Das war ganz schön! Oh, was ist das? Er war ja auch Elite! Ich bin Level 1 und er war Level 3 Elite Ah ok, ich habe ja noch Freunde hier mitgehabt Meine Maus geht immer rüber aus dem anderen Bildschirm Ich glaube ich sollte Fenstermodus ausschalten Aber ich habe Fenstermodus für die Aufnahme drin Aber wenn ich jetzt Fenstermodus rausnehme denke ich mal dann kann ich Das war schneller als ich erwartet Das war schneller als ich erwartet Nachschauen Nachschauen Ich bekomme natürlich das Weiße hinten Oh ich kann sogar angreifen vom Feld aus Cool Keep moving That door won't hold them for long Sprung Taste Fliegt man Es gibt kein Auto fliegen hier Mist Space 2 mal und wir nach vorne Ich kann da ja richtig unter Schlüpper gucken aber nicht Und dann Schlüpper unter dem Rock gucken Oh Oh die sind weg Was mache ich denn jetzt da? Der muss hier weiter geradeaus fliegen Was mache ich denn haha nicht getroffen, die können ja gar nicht so hoch werfen so das war erst mal zum warm werden die start sequence bislang gefällt mir das spiel richtig gut die steuerung ist noch ein bisschen hart, zeige ich jetzt mal we're going down, hold on! oh oh so hier gibt es den shop wenn man sich einloggt ein tag, zwei tag, zweiter tag, dritter tag, ein ein horn so ich werde jetzt einmal kurz schauen ob ich das umstellen kann in vollbild damit ich mit der maus nicht mehr rüber gehe einstellung einstellung grafik wo war denn das gewesen war doch das hier nicht fenstermodus vollbild ah wusste ich doch dann kann ich es nicht aufnehmen also randlos wieder so also das sind jetzt hier die ersten quest jetzt geht es richtig los hier und da habe auch jetzt schon die erste quest abgeschlossen bam ich möchte wenigstens jetzt noch einmal kurz die nächste quest hier machen sag ich jetzt mal das schreibe ich mir alles nächstes mal an da habe ich jetzt keine zeit zu keine lust zu und was ist das ich habe was ist hier hier drück die erste als die oder hier hier ein hier Wir müssen hier raus. Endlich auf? Wir müssen hier raus. Endlich auf? Wir müssen hier raus. Okay. Schön, dass du wiedersehen. Rina braucht medizin für die Wounded. Okay. 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 Hier ist so ein lila Fleck. Ich denke mal das ist für meine Quest. Zwei Wildeber töten. Okay. Das ist jetzt ein bisschen viel wahrscheinlich hier los. Schauen wir mal F1 an. Wie sie sich hinsetzt. Okay. Sieht nice aus. Bestimmt auch noch eine Quest. Ah. Wird angerufen. Fast ja. Ich wollte ja jetzt sowieso aufhören. Nur einmal kurz gucken. Wie das kämpfen aussieht. Und. Ich werde sagen. Das war's für heute. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Und bleibt mich freuen. Wenn ihr aber nicht so wieder seid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.